weiter geht's noch mal wieder ein bisschen eishockey oder so das wäre mir doch aber ja ich komme von meiner seite aus das war ja nicht ganz natürlich dann nicht wieder neben dem tor ist ja klar mein glück immer ja ich hab den jetzt nicht in den ich will nicht da hinten in diese ecke rein egal wie ich den schlage der ort mit darüber sechs schläge weißt du weil ich vier mal hintereinander in toten winkel reingerutscht bin naja egal und wieder daneben das ist doch ein kenne ich gerade habe ich auch gerade ja 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 oh gott sei dank dabei boge nein ich denke oben drüber ich hab den fast mit voller kraft also dreiviertel kraft rüber geschossen und dann müssen wir nach rechts dann geht der rein ja schade hatte der ja die rutsche ist nicht ganz ohne das quasi als zweite map als zweite bahn schade kann es doch nicht springen ja der noch holt vielleicht hast du das glück dass du dann darüber kommst doch jawohl sehr gut okay das funktioniert auch wir müssen sehr fix ja schön jetzt bist du mit glück jetzt bist du mit glück komm da trifft ihr die fassen schade schade oh nein der keks ja das war nicht schlecht eigentlich die picket vor der gewick ja es war glück also ich glaube ich den ersten keks durch bin ich bin boah ist das bitter da warst du gerade hinter dem torwart du bist trotzdem raus ich bin der die hintere rutsche gekommen ja ich bin gerade in diese dritte rutsche reingefallen von verboten nein du warst komplett rechts du gehst weg und gehst dann kommst du wieder nach links oder was scheiße man zwei schläge jetzt sein müssen ja ich bin zu weit gerutscht und bin dann in die hintere rutsche noch reingefallen und dann noch fast hoch aber ja der ein bisschen versaut na schade egal ich komme also erscheine der war gut der war gut ich glaube dass das aber nicht halt vom winkel her und das ist nicht rausgefallen natürlich nicht vorbei oder doch da passt gerade so ich will mal kurz er sieht gut ja warum auch immer ich da jetzt irgendwo lande was denn mir war die energydose umgefallen aber da war so wenig drin dass ich es noch aufheben konnte bevor es rausgelaufen ist ich lege neben diesem scheiß glibber ding die ganze zeit ich habe meine energie leer schon ich habe sogar mein matertee schon leer ich bin nicht mehr zu finden gerade hier zurück ich liebe dich Ach, da steht Loch 8. Wo ist das hier? Da unten. Du musst eigentlich über die Scheibe... Bernie! Was ist denn das? Verdammt, ich bin... Ich bin auch da runtergefallen, bloß direkt ins Tor. Ja, toll. Du hast doch noch so einen scheiß Lackshot. Du hast sogar noch so einen scheiß Lackshot und du kommst dann da unten runter. Genau so, bloß eben Ja, ich bei dir nicht halt, ne? Ja klar, damit so Dingern gewinnst du das Ding aber noch. Ach gut, ist keine Kollision an. Du hast die Kollision raus, ne? Oh Mann! Der rollt wieder runter. Boah. Ja, genau. Halt den... Okay. Okay, ich kann nicht weitermachen. Ich kann nicht weitermachen. Der hat mir den Wurf, äh, den links gezählt, aber nicht so, dass ich... Ich durfte nicht schlagen. Ich kann nichts übergeben. Spiel! Und... Dankeschön, Spiel. dass wir die bahn versaut hast stark mit drei schlägen vorm loch und dann sagt er nö die zähle ich dir nicht ich konnte schlagen muss mich zurücksetzen und lag dann wieder wird auf der anderen seite weiter Ich habe keine Lust, was da drauf ist. Wo ist das Loch hin? Hä? Da. Markus ist der Einzige mit seinem Glück da die ganze Zeit ohne Probleme durch die Bahnen durch. Und wir fliegen hier fünf Kilometer weit. Ah, das war jetzt mehr oder weniger mein Meilen glücklich. Ich sage jetzt einfach mal nicht, dass ich ein Hole in One gemacht habe, aber ich habe ein Hole in One gemacht. Ernsthaft? Ja. Mit seinem Schein. Wie gesagt, du hast Glück einfach nur momentan. Wie auch immer, du schießt das Ding so quer durch die Links und da fällt ein Tor. Ich habe irgendwas gegessen. Nee. Das Spiel, das ist einfach sein Spiel. Der so manipuliert, dass er es ohne Probleme schaffen kann. Da. What menu? Ja, eben. Das ist mein Gefühl. Ernsthaft. Ach, leck mich doch am Arsch, Ernsthaft. Ich bin schon über das Ding drüber gewesen. Sechs Schläge. Oh, das spielt ja eine Kotze momentan so Sinn. Guck mal, der hängt bei 38. Wir hängen hier bei 60 mittlerweile rum. Er ist drüber gebrochen. Er läuft. Nein, der Tor hat gehalten und er ist ein Hole in One gewesen. Jetzt ab, hör die. Trüber. Achten, das ist doch. Bogen. Bin hier nicht weggegangen, der Tor, äh, gegengegangen. Wäre es ein Hole in One geworden. Is bitte her, du musst da erstmal rauskommen. aus der Ecke. Du kannst dich absichtlich wieder rausschlagen, damit du zurückgesetzt werden kannst. Obwohl, theoretisch geht's schon. Ich würde wieder zum Start zurückspielen, weil das ist dann von da aus einfach, als sich da ist durchzumühen. Oh, das war jetzt nicht... Oh. Auf jeden Fall hast du das Ding gefaked, das kann nicht sein. So viel Glück kann man nicht haben jetzt im Spiel. Ach, ich darf hier... Gott, dann darf ich hier auch mal spielen. Tim, 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 Tim. Tim, Tim, Tim. Marc, das ist schon ein Ziel, ich hab schon hole und man schon geschafft. Nee, birdie. Ja, 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 komm. Erdkraft! Ich bin glücklich, dass ich genau in der Kathrin geblieben bin oben. Wollte ich dann noch dabei, so diese übertrieben fröhliche Musik. Oh, gut, 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 schön. Links oder rechts besser? Keine Ahnung. Du weißt das doch hier als Obermod. Ist das so knapp? Ja. Ich auch. Glück gehabt, dass ich genau von der Umlauf versenken konnte. Oh, schön. Alle, 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 einfach. Und hier oben noch, noch kurz, ganz oft. Nee, nee, ich werde da hoch, lieber das Spiel. Jawohl. Nein, ich werde da hoch und nicht da runter oder wie auch immer. Toll, ich werde da hoch. Toll, ich spüle. Scheiße, da oben. Und dann fliegt rüber hinaus. Ja, das passiert auf der besten Bot. Boah, was sollen wir denn hier spielen? Irgendwo ist es da noch gewesen. Na, was ist denn das? Und ich darf natürlich von da nicht weiterspielen, ist ja klar. Hä? Och, dann stell doch die Kamera richtig ein Spiel. Nee, ich stelle sie dir rückwärts an, damit du so richtig verkackst, die Bahn noch. Ach, leck mich doch. Hey, das ist doch gerade. Natürlich. 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 Warte, du stehst vor der Kante und du willst da rüber. Nö, ich springe wieder zurück. Unsichtbare Wand und was, ne? Oh, diese Runde gehen wir auf den Sack gerade. Jetzt mal. Ja, keine. Und dann hast du keine Schläge mehr übrig. Also bei mir werden unversichtbare Wände eingebaut. Weißt du, du willst mal das Ding rüber und springst zurück. Ja, ne, ich fick die erst mal komplett vorbei. Na, ich bin gerade mal durchgekommen. Ich bin im Bonbon-Teich gelandet. Im Bonbon-Teich. Och, Gottchen. Ernsthaft? Egal. Auf, gut. Diese Scheiße, diese Scheißdinger noch runter. Drück mich noch runter. Glück ab, Glück ab. Jawoll. Jawoll. Ah. Ja, passt. Wunderbar. Hihi. Nein. Scheißdauert, warum hältst du? Kannst du das Ding nicht reinlassen? Daugie. Daugie, daugie, daugie. Na, den ab. Da bringt ihn auf gut Glück einfach rein zu schießen. Einfach durchzu. Kaugubi-Kugel, ich bewege mich. Ich glaube, ja, das sind diese Bubble-Kugel. Oh, da war ich schlecht. Daher Markus, Monit, das Ding. Sonst sind solche Ergebnisse eigentlich nicht möglich. Du hast dich eine Bahn wirklich verkackt, ne? Keine Ahnung. Ja, du hast dich ein... Du hast... Ja, ich wollte gerade sagen, der ist heimlich. Der spielt in seiner Freizeit bestimmt, stellt er sich offline, und spielt dann die ganze Zeit Goals-Fans und so. Kein Wunder, dass er da fast jede Bahn mit Hole in One spielt. Noch mal Hockey, oder? Ja, wir spielen eh heute nur Goals-Fans, ne? Ich meine, ich war ein anderes Spiel. Nein, alles gut.